Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, guckt euch diese Handyhöhle an! Herzlich Willkommen zu einem kleinen Vlog, den ich jetzt mal ausnahmsweise nicht irgendwo bei einem Event oder draußen so drehe. Meine Kamera hängt gerade total. Jetzt geht's wieder. Und zwar, gerade ist meine neue Handyhöhle von meinem neuen Herkennungsjahr. Habe ich ja ein Video zugemacht. Samsung, äh so, Quats, Samsung, Sony XR habe ich ja bekommen. Habt ihr ja, kennt ihr ja. Ein sehr gutes Video. Hat mittlerweile sogar über 2000 Aufrufe an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt ist heute meine neue Handyhöhle angekommen und es ist die beste Handyhöhle, die sie auf Amazon haben. Es ist wirklich die beste Handyhöhle, die es gibt. Und zwar, tadaaa! Ist das nicht geil? Ist das nicht die geilste Handyhöhle? Ich meine, okay, es gab noch Mädchen in Unterwäsche, aber das wollte meine Mutter nicht so sehr. Aber das war einfach mal die beste Handyhöhle, die ich will. Und auch noch von Love Life. Ist das nicht genial? Auch noch direkt von Love Life. Das ist doch, ist das nicht geile Handyhöhle? Oh mein Gott! Guckt euch die... Oh mein Gott! Ich raste, ich raste gleich auf. Oh mein Gott! Das ist sowas von eine geile Handyhöhle. Oh mein Gott! Ja, das wollte ich jetzt nur mal sagen. Also, oh mein Gott! Das ist so cool! Hanna, jo! In so einem Outfit von Weihnachten! Oh mein Gott! Das ist so geil! Ja! So viel zu meiner coolen Handyhöhle. Also, das ist... Oh mein Gott! Als ich meine Mutter das eben gezeigt habe, ich bin auf dem Boden dran mit meiner Schultasche ungefähr so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ein geile Handyhöhle! Wo ist das? So, das sollte ich euch halt nur mal als kleines Update zu meinem Handy sagen. Ist das nicht geil? Das ist so geil! ja, dann bedanke ich mich fürs gucken von diesem, vielleicht sogar etwas strangen Video, aber ich musste es euch einfach mal mitteilen für diese geile, geile Handyhülle und ja, dann sag ich mal, like und abonnieren ciao, bis zum nächsten Mal